Technobin als Firma wurde 1990 gegründet und ich bin zuständig für die Entwicklung im Anlagenbau. Beschneiung ist ein kleiner Teil vom Gesamtkonstrukt vom Skigebiet. Und die Beschneiung, die läuft ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Beschneiung, die läuft nur eine sehr, sehr kurze Zeit, aber in dieser Zeit, da muss sie laufen. Dann muss die Zuverlässigkeit zu 1000% da sein. Und da haben wir mit der IFM in der Vergangenheit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Positionierung ist beim Schneeerzeuger sehr, sehr wichtig. Und hier ist wichtig, dass man versteht, wo die Maschine jetzt ganz genau steht. Denn wenn die Maschine läuft und wenn der Strahl aus der Maschine rauskommt, wenn wir da einen leichten Wind haben, kann man dementsprechend gegensteuern und man steigert die Effizienz. Denn dann bleibt der Schnee auf der Piste liegen und ist nicht irgendwo im Wald draußen. Bei der Pumpstation, da setzen wir vor allem auf die Sensorik. Also da sind die Drucktransmitter, da sind die Strömungswerte, sind da sehr, sehr wichtig. Und auch mit den ganzen neuen Produkten, mit den Enconorm, vor allem IO-Link, da eröffnet sich eine vollkommen neue Welt. Industrie 4.0 ist ein Riesenthema für uns. Und wir sehen einfach hier ein riesiges Potenzial. Also die Daten, das ist das Gold dieses Jahrtausends. Und wir glauben, dass wir hier dann vor allem auch mit Analysen die Anlage zuverlässiger und effizienter machen können. EFM Italien, also wir sind sehr zufrieden mit ihrer Zusammenarbeit. Also vor allem jetzt in der Forschung und Entwicklung ist es wichtig, dass man auf dem neuesten Stand bleibt. Und da sind die Kollegen von Italien immer sehr, sehr hilfreich, wenn wir sagen, wir haben hier das Problem, wie können wir das lösen? Hat er ein Produkt für uns? Und wo wir dann einfach dem Kunden einen Mehrwert bieten können. Und da sind die Leute, 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 die Leute Vielen Dank.